Hallo zusammen, ich bin Georg Schwethelm vom Weingut Schwethelm aus dem Zellertal. Ich will euch unsere Scheurebe vorstellen. Scheurebe, wer die Rebsorte nicht kennt, ist ein bisschen ähnlich zum Sauvignon Blanc, hat also exotische Frucht, ist so ein bisschen das deutsche Pendant zum Sauvignon. Und was mir unheimlich Spaß macht, Sauvignon Blanc hat oft so sehr viel Aroma, sehr viel Maracuja. Scheurebe hat auch eine leichte Exotik, hat aber immer so eine Kräuterwürze, was auch schön frisch hält, so ein bisschen was von Hullnunder, von fast schon Minze. Und Scheure trinke ich echt gerne auch zur asiatischen Küche. Ja, probiert es doch einfach mal aus, kann mal Spaß mithaben.